Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein Zeitschriften-Review, das Lego Star Wars Magazin, Ausgabe Nummer 63. Und ihr seht schon, es ist in einer Tüte verpackt, also gibt es noch etwas Besonderes drin. Es sind nämlich drei Extras enthalten. Ein Resistance X-Wing hier in orange-weiß, ein ganz neues Farbdesign. Ich glaube auch eine neue Bauweise, wie ich es hier sehe, mit diesen speziellen abgerundeten Teilen hier oben und unten auf den Flügeln drauf. Bin mal gespannt. Ein Tütchen mit fünf Stickern zur Lego Star Wars Stickerkollektion und ein Stickeralbum. Hier sieht man es. Eben zu eben gleich solcher Stickerkollektion, wie eben erwähnt. Ja, und natürlich das Heft. Also machen wir es auf, gucken uns alles an, öffnen das Stickertütchen und dann sehen wir weiter. So, also dann schwuppdiwupp, das Plastikmüll kommt auf die Seite. Da haben wir das, da haben wir das. Hier ist das Stickeralbum. Stickertütchen legen wir auf die Seite. Dann haben wir hier den X-Wing, den Resistance X-Wing. Ja, vorsichtig ablösen. Haben wir. Perfekt. Dann zwirbeln wir hier noch den Klebestreifen ab und dann können wir uns das Heft angucken. So, so sieht es ohne Stickertütchen und Polybag aus. Der Aufstieg Skywalker, das Resistance X-Wing. 42 Lego-Teile. Dann haben wir hier Werbung für die Stickerkollektion, die Stickerserie hier. Mit dem Stickeralbum und den Tütchen. Dann das Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe. Und es geht direkt los mit dem Comic. Ankunft auf Dagobar. Eine Doppelseite Comic, noch eine Doppelseite Comic. Das blendet ganz schön in sich. Dann haben wir hier eine Seite Comic nochmal. Dann haben wir hier Info über den Sammelspaner. Hier geht es auch wieder um die Stickerkollektion. Hier das Stickeralbum. Dann die Tütchen, die es gibt. Mit jedes Tütchen sind fünf tolle Sticker aus dieser Kollektion. Die Kollektion steht in 258 Stickern. Hole sie dir alle und möge die Macht mit dir sein. Besonders stark sind die coolen Holosticker. Na, bin mal gespannt. Dann wieder eine Doppelseite Comic. Und noch eine Doppelseite Comic. Und noch eine Doppelseite Comic. Und noch eine Doppelseite Comic. Und eine einzelne Seite Comic. Und da ist auch schon Ende Yoda hier bei seiner Hütte. Dann haben wir ein Poster mit Vader und zwei Sturmtruppen. Und hier haben wir Besiege die Sith. Da haben wir nochmal ein Poster mit dem Resistance Y-Wing. Hier hat die Sets zu Episode 9. Hier mit Zori Bliss und so. Den muss ich auch dringend noch aufbauen. Ich habe glaube ich alle Sets zu Episode 9 noch hier liegen. Und noch nicht ein einziges aufgebaut. Ich komme irgendwie nicht dazu mit dem Aufbauen. Das mit den Videos machen. Das dauert alles immer so lang. Das ist irgendwie... Ich muss mir da mal mehr Zeit nehmen für. Und das dann hier mal ein paar nacheinander aufbauen. Damit ich euch die auch präsentieren kann hier alle. So, die Rückseite von dem anderen Poster hier. Mit Vader und den beiden Stormtrooper. Die beiden Stormies. So, dann kann man das Lego Star Wars Magazin noch nicht abonnieren. Bekommt als Prämie hier Microfighter. Einen von denen hier. Den Resistance X-Wing Microfighter. Oder den T-Advanced Prototype Microfighter. Oder einen Snowspeeder Microfighter. AT-AT Microfighter. The Ghost Microfighter. Oder Spider-Droid Microfighter. Dann die Skywalker Saga. Alles was du wissen musst. Geht es jetzt um das Videospiel? Ich glaube da geht es hier um das Videospiel. Ja genau hier. Das Videospiel. Sollte ja eigentlich 2020 erscheinen. Kommt aber doch erst 2021. Sehr sehr schade. Ich freue mich richtig drauf. Episode 1, 2 und 3. Die Prequel Trilogie ist spielbar. Episode 4, 5 und 6. Die Original Trilogie. Und auch die Sequel Trilogie. Episoden 7, 8 und 9 sind spielbar. Bin ich sehr sehr gespannt auf das Spiel. Da freue ich mich echt wahnsinnig drauf. So, dann haben wir hier wieder Rätsel und Spiele oder sowas hier. Entkommen mit dem Imperium. Dann irgendwie Zahlencode erraten. Widerstand und Rebellen. Muss man irgendwie was zählen glaube ich irgendwie. Dann Flotte des Widerstands. Okay, ist auch irgendwie, muss man auch hier rechnen. Muss man hier irgendwas finden? Das ist einfach nur abgebildet. Ne, einfach nur abgebildet. Da habe ich hier so ein bisschen rechnen, was man da irgendwie noch. Bisschen lauer als Lösung. Kommt auch irgendwie am Ende eine Lösung vorbei rum. Dann haben wir auch schon die Aufbauanleitung des X-Wings. Und ich würde sagen, das machen wir doch mal schnell. 42 Teile. Ich denke, da brauchen wir kein Speedbild. Ich denke mal, das Ding können wir so schnell aufbauen. Das sollte eigentlich auch so gehen. Ansonsten, wenn es doch zu lange dauert, dann würde ich den Ton ja sowieso bei dem Speedbild wegmachen. Also von daher werde ich jetzt ein bisschen was erzählen, wenn es mir doch als zu lange vorkommt. Dann eben doch ein Speedbild machen. Aber ich denke, wo es geht. So, fangen wir an würde ich sagen. Gut. Also erstmal hier die beiden weißen Teile zusammen. Auf einen orangenen 1x3 Plate. Oh, das ist ja in beide Richtungen. Nach links und nach rechts. Stuts. Guckt mir eine an hier in Rot. Dann wieder in Weiß. Dann noch mal so ein Studumkehrer. So ein Richtungsumkehrer hier. Dann... Oh, das passende Gegenstück dazu in Grau von oben. Dann haben wir hinten dann zwei Stuts übereinander. Und ein 1x2 Plate in Orange. Dann ein 1x2 Tile. So. Das da. Oh, das wird dann hier so schräg drauf gesetzt. So diamantförmig. Das, das habe ich. Genau. Dann sind wir schon hier unten. Da kommt dann hier das Silberne. Soll dann wohl der Astromex sein. Hier dann die Cockpit Kanzel. Da steht schon mal das Grundgerüst von dem X-Ring. Steht schon mal. So. Dann geht es weiter. Ah, die Schnauze ist dann vorne hier so ein langes Element. Mit hier so eine Spitze vorne dran. So eine Dachspitze, Pyramidenspitze, wie auch immer. Das ist dann so. Und ja, sieht schon aus wie so eine X-Wing Schnauze vorne. So. Dann bauen wir zweimal müssen wir das hier bauen. So. Dann blauen 1x2 jeweils in die Mitte. Dann der orange Modified hier vorne und hinten. auch hier. Hier. Einmal hier. Einmal da. Dann auch die Klammern da dran. Einmal, zweimal. Ein bisschen ordentlich drehen, dass es gerade sitzt. Alles nicht so schief und verdreht. Und dann hier auch nochmal. Und an die Klammern kommen dann die Flügel, würde ich mal behaupten. Die X-Flügel. Oder S-Flügel. Das sind X-Flügel, aber die S-Flügel in Angriffspositionen. Ah, und dann kommen noch hier die kleinen. Einmal einser drauf in orange. Hier und hier auf den einen. Auf der anderen Seite genauso. Hier und hier. Perfekt. So. Das wird dann hier drauf gesetzt jeweils. Perfekt. Und nochmal. Perfekt. So. Das sieht doch schon richtig gut aus. So. Und dann brauchen wir zweimal. Jetzt machen wir immer die hier rechts unten und links oben. Und dann genau umgekehrt. Dann sind wir immer entgegengesetzt quasi. Dann auch vier Lichtschwertgriffe. Aber leider nicht in Chrom glänzend oder so. Sondern einfach nur in Grau. Aber trotz allem. Lichtschwertgriffe kann man immer gebrauchen. Würde ich mal behaupten. So. Das kommt dann hier dran. Und das andere auch noch fertig. So. Kommt dann hier hin. Dann haben wir die beiden schon mal hin. Jetzt kommen nochmal zwei Stück für die jeweils entgegengesetzt gelegenen Flügel. So. Und dann auch die beiden Lichtschwertgriffe. So. So. Und dann bleibt sogar gar kein Teil übrig. Ich hätte zumindest gedacht, dass vielleicht ein kleines Teil, so eine Plate oder ein Teil oder sowas, dass das übrig bleibt am Ende. Wie sonst auch immer. Aber bei den kleinen anscheinend nicht. So. Und fertig ist der X-Wing. Sehr, sehr cool für so einen kleinen Mini-Build hier auf jeden Fall. Das ist ein bisschen arg weit auf jetzt. Sieht doch richtig cool aus. Vielleicht ein bisschen argwuchtig in der Mitte hier so. Aber ansonsten hat was. Also für kleinere Kinder. Zu klein auch nicht. Die könnten sich ja den kleinen Teil verschlucken. Aber ansonsten. Ich denke, mein kleiner würde damit bestimmt seinen Spaß haben. Ja. Also ein Resistance X-Wing Fighter. Sehr cool. Dann ein Spiel. Attacke auf die erste Ordnung. Alles hört auf Michael Mando hier. Poe Dameron. Spielregeln. Für zwei Personen kann man das spielen. Und wir haben noch ein Comic. Verwechslung? Fragezeichen. Da haben wir eine Doppelseite. Und nochmal eine Seite. Also ein Drei-Seiten-Comic. Da ist nämlich auch schon wieder Ende. Da unten steht's. So. Dann haben wir noch galaktische Bilder. Also hier Fanpost. So Zeichnungen hier. Von Luke Skywalker-Sein. Hier haben wir Chewie. Darth Vader ist TIE Fighter. Hamill Ray. Die ist ziemlich gut geworden eigentlich. Das ist richtig cool. Ähm. Als er was einsendet. Kann man hier Kylo Ren's Shuttle gewinnen. Das sind zwei glückliche Gewinner kriegen. Kylo Ren's Shuttle. Und dann haben wir auch schon Vorschau auf das nächste Heft. Das nächste Lego Star Wars Magazin. Ausgabe Nummer 64 dann. erscheint am 12. September. Mit einem Sith Eternal TIE Dagger. Jetzt verstehe ich. Ich werde auch nicht schlau draus. Mal ist es der TIE Dagger und mal ist es der Sith TIE Fighter. Also ich habe es als TIE Dagger am Anfang kennengelernt. Deswegen werde ich auch weiterhin immer dazu TIE Dagger sagen. Aber naja. Egal. Das große Set heißt nämlich glaube ich Sith TIE Fighter. Und nicht mehr TIE Dagger wie am Anfang. Aber jetzt in kleinen Längen sind wieder TIE Dagger. Also egal. Und ein Tütchen mit fünf weiteren Stickern. Ja cool. Und dann noch mehr Lego Action. Ja genau hier Vorschau. Lego Avengers Magazin. Werde ich euch natürlich auch hier präsentieren. Keine Frage. Und die anderen Magazine kennt ihr hier schon. Linjago zeige ich euch immer. Jurassic World zeige ich euch immer. Und City seht ihr auch immer hier. Keine Frage. So. Noch Werbung für Stabilo. Und für Lego Star Wars Sets. Oh hier ja. Ähm. Die Clone Troopers. Der 501. Legion. Habe ich schon besorgt. Muss ich noch ein Video zu aufnehmen. Genauso wie der AAT hier. Anakin's Jedi Interceptor. Und den General Grievous Starfighter. Muss ich noch gucken. Ob ich mir die noch besorge. Aber wenn ja. Werde ich euch natürlich auch hier präsentieren. Früher oder später. So. Das war das Heft. Das war der Mini Build. Kommen wir zu dem Sticker Tütchen hier. Und Lego Star Wars Sticker. Da haben wir hier. Oh. Ein Puzzle. Oh der ist ganz schön fett. Ganz schön zerdrückt der Sticker hier. Sieht man das? Ja. Von dem Dings hier. Von dem Modellversatz und sowas dann hier. Ein großer. Ich glaube wahrscheinlich ein sechster Sticker hier. Finn. Chewie. Und V8. Und sogar Dio sieht man hier noch drauf. Okay. Dann Puzzle Sticker. Dann hier noch ein Puzzle Sticker. Aber ein anderer Puzzle Sticker. Dann haben wir hier Kylo Ren vor einer großen Explosion. Dann hier nochmal ein Puzzle Sticker. Ich habe schon mal durchgeblättert durch das Sticker Album. Ich weiß auch nicht wann dieses Video veröffentlicht wird. Ob ich das vor der Präsentation des Sticker Albums öffentliche. Ich habe meinen Plan jetzt nicht im Kopf wie das genau ist. Oder erst danach. Aber ich habe es mal durchgeblättert. Und es gibt zu jedem Film ein sechster Sticker. Der quasi das Filmplakat in Lego nachbaut. Also hier haben wir das ist ganz klar Empire Strikes Back. Das ist The Last Jedi. Und das hier müsste dann hier Dings sein. Rise of Skywalker. Auf die Skywalker ist hier wegen Dio. Das ist ganz klar hier auf Crate. Das ist also Episode 8. Und hier Episode 5. Kann man ganz klar kennen. Und hier haben wir noch einen Glitzer Sticker. Kylo Ren mit seinem Lichtwirt. Und anhand der Maske. Das Helm kann man noch erkennen. Das ist aus Episode 9. Weil das ist der zusammengeschweißte Helm. Ja. Okay. Das sind also die ersten Sticker aus der Kollektion. Tatsächlich cool. Drei Puzzle Sticker hier. Episode 5, Episode 8 und Episode 9. Und zweimal Kylo Ren. Kylo Ren sogar dreimal, wenn man den auf dem Puzzle Sticker mitzählt. Ja. Und das Sticker Album wie gesagt. Ich werde das nicht durchblättern. Weil da gibt es ein separates Video zu. Wenn ich mit der. Wenn auch die anderen Videos hier. Sticker Album. Blister Packs. Multi Packs. Und natürlich eine komplette Sticker Box. Werde ich euch alles hier noch zeigen auf dem Kanal. So wie ihr es bei den anderen Sticker Kollektionen auch kennt. Jurassic World. Ninjago Legacy. Etc. Und alles was da auch noch so kommen mag. Werde ich euch auch jedes. Alle Produkte immer präsentieren hier. Und dann werden wir das gemeinsam öffnen. Und ja. Genau. Deswegen. Aber. 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 Da ich mir dieses Sticker Album bereits geholt habe. Um es euch zu zeigen. Ähm. Werde ich dieses Sticker Album. Was hier als Gratis Beilage drin war. Wie auch bei den anderen Magazinen. Ich habe euch ja schon das Sticker Album zu Jurassic World verlost. Und auch das zu Ninjago Legacy. Und dann werde ich natürlich auch dieses hier verlosen. Ja. Also. Wenn ihr das haben wollt. Entweder weil ihr euch noch keines gekauft habt. Oder weil ihr vielleicht noch ein zweites haben wollt. Was auch immer. Ähm. Könnt ihr gerne teilnehmen. Was müsst ihr dafür tun. Ihr müsst meinen Kanal abonniert haben. Müsst den Video und Daumen nach oben da lassen. Und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Star Wars. Dann seid ihr im Lust drauf. Ein Sendeschluss ist wie immer in einer Woche. Und dann werde ich dann die glückliche Gewinnerin oder den glücklichen Gewinner auslosen. Und dann den Preis. Also dieses Sticker Album hier. Mit der Post rausschicken. Und ja. Ich drücke auf jeden Fall allen Teilnehmern die Daumen. Und ansonsten wie immer. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung. Zum Lego Star Wars Magazin. Zu dem kleinen Minibild hier. Zur Stickerkollektion. Was euch so einfällt. Schreibt mir das in die Kommentare. Und lasst uns da ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt. Dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran die kleine Glocke zu aktivieren. Damit ihr immer Bescheid bekommt wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch in den Telegram Channel kommen. Da informiere ich auch immer über neue Videos. Von da könnt ihr dann auch in den Telegram Chat springen. Und mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Telegram ist komplett kostenlos. Und der Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ebenfalls in der Videobeschreibung befindet sich der Link zu meinem Hauptkanal Lengly1013. Hier gibt es Unboxings zu diversen Lootboxen, Collector Editions sowie verschiedenen Sammelkartenserien. Schaut gerne mal vorbei. Und auch dort könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sag ich danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut Leute. Ciao.